Yo, drei Sachen, äh, drei Sachen, die mir beim Chat richtig auf den Sack gehen. Eins, jeder verdammte Chat, beziehungsweise Gespräch fängt an mit, hey, wie geht's dir? Warum kommen die Leute nicht gleich auf den Punkt, was die wollen? Entweder, so zum Beispiel, ein Mädchen schreibt dich an, hey, wie geht's dir? Warum schreiben die Leute nicht direkt, hey, krieg deine Nummer oder, ey, hast du Bock zu treffen oder so? Nein, hey, wie geht's? Was machst du? Chillen. Und du? Auf. Und, wie war dein Tag? Boah. Nummer zwei. Kennt ihr das? Ihr schreibt, was machst du? Die sagt, ja, ich mach mir grad die Fingernägel. Dann schreibt die noch, warte, dann schreibt die noch, und du? Und dann schreibst du, ja, ich chill nur. Und dann kommt dieses eine Wort. Hast du nicht gehört? Aha. Aha. Jetzt kommt es rüber. Ja. Ach so. Cool, juckt mich nicht. Dieses Aha. Boah. Dreck. Blockieren. Löschen. Nummer drei. Jemand edit dich und nach ein paar Stunden schreibt die Person dich an und sagt, hey, wer bist du? Oder, hey, kennen wir uns? Hm? Nein, wir kennen uns nicht. Das Beste, das ist mir schon mal passiert. Mich edit jemand, ich bin bei MSN drin. Mich edit jemand, ich nehme den an. Wirklich passiert. Ich nehme den an. Zwei Minuten später ist die Person online und schreibt mir, hey, kennen wir uns? Ich so, nein, du hast mich grad geendet. Nein, kann gar nicht sein. Ich edit niemanden. Hä? Kann gar nicht. Kann gar nicht. Ich habe niemanden geendet. Aha. Ja. So, das waren meine drei schlimmsten Sachen. Es gibt noch 100.000, die ich noch aufziehen könnte, aber das wäre zu viel. Zu viel wäre das. Also, du verstehst, wenn du irgendetwas auch im Chat richtig hast, ja, dann schreibe unter Kommentar. Ja, erzähl, was riecht dich doch? Was riecht dich doch, was riecht dich doch, Alter? Zähl mal, Junge. Zähl doch, Junge. Tipp doch mal ein, Alter, hier unten, Alter. Schwörter. Ey, Piss, ey.